Irritierenderweise liest sich das Protokoll etwas anders. Im Bericht des Schriftführers nach sagte ich in etwa das hier. Jo! Eine Minute Pause. Dann sage ich, hier ist er, jawoll, hier ist er, Mr. Pudding, der Oberlude, Kuckuck, was geht? Gefolgt von einem etwas kryptischen Satz, ein Schaschlik im Dateianhang. Wieder eine Minute Stille. Dann weise ich mit dem Kinn durchs Fenster auf den kleinen Supermarkt auf der anderen Straßenseite und brülle, Das ist Sparda! Plötzlich reiße ich den Arm hoch und zeige mit zitterndem Zeigefinger der Klassenlehrerin mitten ins Gesicht. Ich brülle, wer bist du denn? Die poröse Hannelore?